Bauernschleue ist ursprünglich eine redenzartliche Umschreibung der Tatsache, dass schulisch wenig ausgebildete Personen auf dem Land durchaus wirksam lässt. Verschwiegenheit und weitsichtige Planung verbinden können, wenn etwa bei einem Grundstücksgeschäft der Bauer den Lehrer oder bei einem Flurbeeinigungsverfahren den Verwaltungsbeamten hereinlegt. Hier tritt das Klischee zutage, in der Regel seien er städterpragmatischer Berechnung fähig. Vom Standpunkt einiger Soziologen kommen hier aber ähnliche soziale Fertigkeiten lediglich in unterschiedlichen Mustern zum Tragen, die Ferdinand Tönnies als gemeinschaftliche gegenüber gesellschaftlichen Mentalitäten beschreibt. Meistens ist der Begriff Bauernschleue negativ besetzt, besonders wenn er die Fähigkeit bedeutet, Vermöge planvollen Handelns seine Ziele durchzusetzen. Selten wird er ähnlich etwa der Lebensklugheit auch verwendet, um hervorzuheben, dass Bildung und Intelligenz nicht zusammenfallen müssen. Dabei ist entscheidend, dass Intelligenz die instrumentelle Vernunft meint, welche ausschließlich an solcher Erkenntnis interessiert ist, aus der sich möglichst unmittelbar ein gewisser Nutzen ziehen lässt. Die Verwendungen des Begriffs unterscheiden sich also nur hinsichtlich der Konnotation. ? ? ? ? ? ? ? ?